hallo und herzlich willkommen zu einer neuen keine mod vorstellung ich soll einfach mal ein bisschen was zeigen nämlich von industriebau und transporter das ist eine spedition und die haben auch einen eigenen discord server das packe ich auch mit in die beschreibung und die machen so ein bisschen mapbau und solche geschichten wenn es einfach mal hier guckt nur mal gucken was alles so möglich ist das sieht man eigentlich ganz gut lkw in der sogenannten waschstraße so sieht es dann ja aus einfach nur so am rande dass er das mal sieht was eigentlich so möglich ist um was die jungs eigentlich so bauen und die haben jetzt einen neuen firmenhof zugeschickt für dortmund zeige ich jetzt hier anhand mal eines beispiels was da alles so mit enthalten ist nämlich relativ viel diese späne sogar einen eigenen trailer was ich ganz gut wenn der geschichte ist das ja wenn mal im frachtmarkt reingucken diesen das ist dann hier praktisch im dortmund ganz da ist ja ganz viel platz da kann man bauen haben sie auch gebaut ganz schön und mit ihrem eigenen trailer könnte dann eigene fracht auf ihren firmenhof abholen das möchte ich jetzt mal kurz präsentiert habe ich schon was angenommen das sieht man dann hier habt ihr dann das schild in dortmund und dann werden hier praktisch die abladestelle beziehungsweise die holstelle und das schauen wir uns jetzt einfach mal an dass ich auch was höre hier und die haben gesagt die jungs sie wollen sich ein bisschen ich bin ja jemand der gern die community ein bisschen unterstützt in dem fall auch die modder oder in dem fall auch map bau und da wollen wir natürlich schauen was die jungs gebastelt ein bisschen support ist nie verkehrt in der gerade in dem spiel denn support ist kein mord heißes immer nur und deshalb gucken wir uns einfach mal gemeinsam an und können dann gerne mal einfach mal kommentar da lassen einfach mal zu gucken wie ihr zu hause die arbeit findet was die jungs gebastelt haben darum geht es heute mal gucken ob ich hier reinkommen überhaupt hier ganz schön komme ich auch trainieren ganz knapp du weißt auch sollen geholt also im eigenen trailer wird es gar nicht so ohne mit der noten auf alle fälle haben sie eine eigene trailer mit dabei sieht man hier ganz gut mit mir besser wäre es ein bisschen zu viel chrom aber es als geschmackssache und sonst viele lampen dran leuchten muss es heißt es mal leuchten muss es versuche ich mal hier rein zu kommen ich habe traffic habe ich übrigens mal ausgemacht warum habe ich ausgemacht dass man keine auf dem senkel geht darum das kann könnte ich jetzt hier gar nicht gebrauchen wenn wir es noch mal dass wir reinkommen schön weit ausholen jetzt aber warum hier mit dem hobel ansonsten weiß ich nicht wie die jungs das machen dass sie reinkommen so jetzt also schöne schildchen hier am also die haben dann hier praktisch schilder und hat sich gesehen hier auch so so ein häuschen was ich ganz cool da sitzt auch jemand drin und ich schätze mal so art waren eingang nämlich ich nenne es einfach mal so film oder die dispo oder wie auch immer ist hier vertreten und der firma hoch b und entladen wir haben eine werkstatt net dispo wir haben waschplatz das zeige ich euch alles wie das jetzt hier aussieht einfach mal so als als information und einfach mal gucken da hier sind auch schon passen leuchte autos die würden wir auch den weg zeigen dann haben auch ein drehtor für die mitarbeiter ganz hinten kennt man übrigens der trailer hier wenn ich den jetzt mal abkoppeln geht dann hier die plane saufen ich würde dann so aus den nummer so zu info hier schön hier das ist mal gesehen hat was da so am start ist ich weiß praktisch hin am boden habe ich meine symbolisch aber so ein symbol mit diesem cool deckel da fahr ich jetzt mal her dass es einfach nur mal sieht da haben wir nämlich folgendes und ich zeige euch doch mit der flight camp dass wir so so symbole haben die dann ein bisschen rumfladen und gucken wir mal ob das aufgeht wo genau ich erzählen muss weiß ich noch nicht so genau das habe ich ganz begriffen so weit ich erfahren muss dann muss man verstehen bleibt da müsste irgendwelche symbol auf dem boden sein dass man hier sagt hier halt stopp so habe ich noch nicht rausgefunden auf alle fälle kann man hier rein fahren und hier kann man irgendwo kann die über meine fracht abholen ich weiß vielleicht ist es hier wahrscheinlich noch nicht das weiß ich jetzt müsste mal vielleicht mal gucken irgendwo ist sie schon versteckt ich zeige jetzt trotzdem mal was hier alles noch so mit dabei ist mit einer ameise fährt durch die gegend und fährt die paletten weg cool oder also viel animation auch bei den jungs hier beim bau wir schauen uns das gleich noch mal an das ist das ist immer von haus aus mega geil finde wenn animation mit dabei ist hier so eine kleine wurstbude im bis hier vorne haben wir einen waschplatz hier ist jetzt leider nicht so dass wir hier diesen diesen wasserstrahler wie wir es jetzt gerade bei denen auf der homepage gesehen haben wir eigentlich ganz cool warum sie es eigentlich nicht machen weiß ich nicht aber das wird zum beispiel schon mal gar nicht so schlecht steht aus dem kirchhaus steht hier rum könnte man theoretisch hier reinfahren so hier steht schon da noch weiter 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 da könnte man hier hinfahren und dann sich hier waschen lassen dann nur rein theoretisch haben auch übrigens war das zeige ich euch auch gleich vielleicht kommt es ja hier noch das weiß ich nicht dass die sagen wir machen hier noch mal so hat sowas in der richtung wo wir dann keine ahnung diesen wasserstrahl haben ich habe sie schon erwähnt dass wahrscheinlich also zu mir sieht schwer danach aus irgendwas kommt bei e test 2 mit waschanlagen das muss man überraschen vielleicht kann da sieht er jetzt hier im prinzip eigentlich ganz cool dass ihr das mal sehen möchte ist und trailer waschbox finde ich ganz cool eigentlich wenn ich jetzt hier mit der flykammer unterwegs bin ich mir hier der schubkarre muss ja mein mann mit mit mann mit seinen paletten achte sie wie steht er jetzt rum ein vorher so ein bisschen gefahren also die sind animiert die jungs finde ich ganz cool eigentlich auch hier ganz cool mft stahl logistik wie auch ganz cool und auf der anderen seite haben wir die transporte mft transporte da kannst du dann mit dem ganz normalen kühler rüber fahren und kannst abholen die die trainer was ich jetzt hier dran habe das ist praktisch der stand-alone trailer und der ist so definiert dass er praktisch mit dem oder dass das er mit dem hier fracht aufnehmen kann aber nur mit dem trailer geht das auf seinem eigenen firmenhof mit der anderen geht es nicht also mit den standardtrailer da kommt er wieder hier in der guck da fährt der balletten weg schön coole sache da kannst du jetzt auch eine tankstelle da vorne kannst du tanken für move tankstelle ist immer gut immer günstig ist unsere parkplätze dann aber wieder beladen wir haben dann da hinten haben wir noch die tore auf der kann man reinfahren wenn man möchte auch ein schäferhund also ein wirklich riesengroßes Firmengelände hier jetzt ist wahrscheinlich der chef standmodelle da kann man bestimmt schlafen oder so kann man hier reinfahren kann ich ja kann man also hier kannst du reinfahren in die werkstatt da wird gleich ich gebastelt und geschraubt kann man schon mal gucken kann man auch drauf fahren weiter 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 das ist das symbol das symbol für die werkstatt finde ich richtig klasse gemacht du fährst in die werkstatt rein er muss erstmal auf die hebebühne und dann in dem fall mit auflieger und mit zugmaschine und dann hast du ein symbol oder praktisch hier erst mal deine ecke werden lassen kannst du richtig richtig coole geschichte langsam haben wir raus auch coole werkstatt hier gut aus so genüsslich raus gemacht gibt es nichts auch ein bisschen leben hier in der bude ist nicht langweilig eine haufen leute hüpfen rum toll 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 also das mal äh zu dem hier noch mal da noch mal ganz normal also die Fisches gute kommen auch ein von d hier stehen auch wieder drin hier kommen sie vorbei die ausgemessen so lange so schön ich spreche darum wieder kommen wir mal das war ein Firmhof alter Verwalter Waschpark alles mit dabei kommen wir hier lang fahren da kommen nämlich jetzt hier rüber zu den zu dem MF Kühltransporter Logistik so und dann kann man nämlich hier lang fahren weil ich einmal ein bisschen im Kreis hier stehen auch Standalone Modelle rum das heißt hier steht auch ein Scania rum zum Beispiel mit CoolSkin als Beispiel finde ich ganz cool ganz viel Auflieger da steht auch noch ein DAF Standmodelle sind immer gut das belebt ich weiß gar nicht genau wo ich hier lang fahre ich fahre einfach mal da unten stehen auch weg geben wir dann so einen Pausenraum oder so oder so Pausen Pausenplatz und wir haben halt einfach in vielen Städten noch richtig Platz da kann man sich nochmal richtig austoben auch hier Aufenthaltsplatz für draußen oh da komm ich gar nicht vorbei komm ich vorbei Alter verwalter wie ausgemessen dann geht es gleich weiter hier das sind einfach ganz normal da kann man wahrscheinlich nichts machen ich fahre nochmal kurz im Kreis kann man da was machen weil der steht da kann man da reinfahren ja ne soll ich mal versuchen oder was machen wir gleich pass auf ich fahre gleich nochmal um die Kurve auf alle Fälle gibt es hier auch Fracht zum Abholen hier ne also dann ganz normal hier zum Beispiel stehen wir ganz viel Kühler hier vom SDS Trelle Patch die kann man sich dann ganz normal holen und aufladen beziehungsweise nutzen in den hinten geht es dann wieder zurück zum normalen jetzt drehe ich jetzt hier nochmal kurz um ich will nochmal kurz testen ob ich da reinfahren kann ist ja zumindest so schwer danach aus das wollen wir jetzt mal kurz anschauen oder ja doch das äh doch Werkstatt symbol ist da sieht man hier auf dem Navi aber hier nicht ne hier kann ich nicht reinfahren da geht nichts probieren wir die andere Seite Moment, 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 Moment wir drehen nochmal bei zumindest da ein Symbol na los jetzt, Actos fahren wir da nochmal rum so, wie sieht es hier aus geht auch nichts die machen da Pause die sollen doch schuften, die Leute ne, tanzt der da? lass mal reingucken hier Putsche also ich will nicht sagen das ist jetzt die also ganz klar das ist die Firmenfeier klar das ist die Chefsekretärin und das zwei sind die eine Auszubildende und hier die ist ja ganz frisch eingestellt worden also hier ist Fett Party am Gange war hier nicht gerade um ein Symbol zum Reparieren ach das hier ne ach hier alles klar also hier ist Werkstatt symbol ist das hier ja Firmenparty ist also auch inklusive meine Damen und Herren also ich finde den Firmenhof richtig gut gemacht ähm ist auch riesengroß vor allen Dingen was ich ganz cool finde ist wenn man auf so einem Firmenhof so äh so was mit draufbaut dass man sagt man kann seine eigene Fracht abholen das finde ich natürlich immer cool mit eigenen Aufliegern und das rockt auf alle Fälle ne das alles bisschen mit Animation und hier fahren die Stapler rum und 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 das finde ich ist richtig gut gemacht ne auch mit der Werkstatt echt coole Sache also da haben sie sich richtig gut inwieweit inwiefern ähm also ich soll das jetzt mal nicht weitergeben das ist immer so die klare Ansage gewesen von diesem Firmenhof ist auch voll okay äh wird auch nicht passieren die Frage ist natürlich was wollen die Jungs uns damit sagen wollen sie uns einfach nur mal zeigen was alles so möglich ist oder na oder einfach mal Support an sich also ein Support an sich klar sowieso äh aber da guckt einfach mal vorbei an den Seiten äh auf der Seite und anscheinend konnte man da eine Zeit lang ähm Anfragen machen ne also als Spedition wenn du eine Spedition hast sagst du pass mal auf ich will einen Firmenhof machen baut ihr mir was und dann konnte man praktisch bei den Jungs äh da eine Anfrage stellen ich weiß nicht ob das nach wie vor noch so geht aktuell glaube ich steht so da dass sie keine Anträge mehr oder äh Aufträge mehr annehmen aber falls ihr da noch Fragen habt haut einfach mal da ein äh Kommentar raus bei denen auf der Seite wenn ihr da Fragen habt ansonsten wirklich so äh zum zeigen einfach mal ein schöner cooler Mod kann man echt das kann man sich nicht beschweren macht wirklich Laune hier in Dortmund dann mal hinzufahren das ist wirklich was ganz ganz was Feines wenn ihr noch Fragen dazu habt dann dürft ihr natürlich gerne kommentieren die Jungs lesen mit äh dann haut mal raus vielleicht nehmen sie es ja irgendwann mal preis ich weiß es nicht oder wie auch immer das wird sich dann zeigen jo dann wisst ihr Bescheid ähm ich wünsche euch noch einen schönen Abend macht's gut bis bald adios bis bald 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 Vielen Dank.